Ein neuer Ford Transit ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Transporter ist viertürig, bietet Platz für sieben Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Servolenkung, Wegfahrsperre, Airbag und vieles mehr. Der sparsame Diesel überträgt eine Leistung von 155 PS auf ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 29.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester Preis Bester Preis